Die Radio-Botten-Wochen-Vorschau mit Thilo Liebs. Heute ist der Europäische Datenschutz-Tag, damit Sie Ihre Daten schützen und sich an die DSGVO halten. Was die Abkürzung bedeutet? VO-Verordnung. DSG steht für Datenschutz-Grund. Datenschutz-Grund-Verordnung. Das wiederum bedeutet, passen Sie verdammt nochmal auf Ihre Daten auf. Machen Sie es nicht wie viele andere und sagen sich DSLMAA. Datenschutz leckt mich am Arsch. Diese Woche auch gern wieder diskutiert der Brexit. Enge Vertraute von Theresa May haben durchsickern lassen, dass die britische Premier einen Ausstieg aus der EU ohne Vertrag ablehnt. Und wieder grüßt das Morbett hier. Während sich Mittwochverkehrsminister Scheuer und Bahnchef Lutz zu einem Krisentreffen zusammenfinden, zu dem sie möglichst mit dem Auto fahren, natürlich kein Diesel, hält Donald Trump vielleicht seine zweite Rede zur Lage der Nation. Die Haushaltssperre ist nur ausgesetzt in Amerika, die Lage ist also beschissen. Gut, dazu braucht er denn wirklich keine Rede halt. Die Wochenvorschau mit Thilo Liebs. Zum Nachhören auf radioboggen.de